Wien, Essen und Gnuss bringe ich für mich ganz in verschiedenen Möglichkeiten in Verbindung. Andererseits sicher ein stilvolles Essen in einem Gourmierklokal mit ausgelassenem Wien, mit einem zu passenden Gericht abgestimmt. Oder auch mal ganz einfach im Sommer halbjahr für ein Bergtour, ein Picknick mit einem Berggesicht und einem Glas Wein, ist auch immer wieder stimmiger. Wichtig ist eben auch, dass man diesen Moment mit interessanten Leuten teilen darf. Das ist extrem wertvoll für mich, weil das viel mehr Tiefen gibt und macht auch viel mehr Freude. In diesem Sinne freue ich mich Sie am Gnusshoch 12, am 15. September herzlich willkommen zu heissen und Ihnen ein bisschen meine Philosophie und meine Wein näher zu bringen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. prolonged Mack đ� Tiefen self versucht dad